In einem abgelegenen Dorf, umgeben von einem dichten Wald, lebte ein Junge namens Tim. Tim war eine aufgeweckte und abenteuerluster Junge mit einer lebenshaften Fantasie, die ihn oft auf spannenden Reisen mitnahm. Eines Tages, als Tim durch den Wald streifte, stieß er auf einen verängstigten Fuchs, der ihn mit großen glänzenden Augen anschaute. Tim spürte sofort eine Verbindung zu dem einsamen Tier und beschloss, ihm zu helfen, egal wie gefährlich es sein mochte. Der Fuchs führte Tim tief in den Wald, durch dichtes Unterholz und über Moos bewachten Pfaden, bis sie schließlich eine alte, verlassene Höhle erreichten, von der sie noch nie zuvor gehört hatten. Die Höhle wirkte düster und geheimnisvoll und Tim spürte, dass sie etwas Wichtiges verbarg. Ohne zu zögern, beschlossen sie in die Höhle einzutreten und herauszufinden, was sich darin verbarg. Als sie tiefer in die Höhle vordrangen, wurde es immer dunkler und unheimlicher. Doch Tim und der Fuchs ließen sich nicht von ihrer Entschlossenheit abbringen. Schließlich erreichten sie eine große Kammer, in deren Mitte ein glitzender See lag. Der See strahlte in verschiedenen Farben und wirkte wie ein magisches Portal zu einer anderen Welt. Tim und der Fuchs wagten es, näher heranzutreten und plötzlich wurden sie von einem gleißenden Licht ummüllt. Als sie die Augen öffneten, befanden sie sich in einer völlig neuen Umgebung. Sie waren in einer Welt voller Wunder und Magie gelandet, wo Tiere sprechen konnten und Bäume Geschichten erzählten. Tim und der Fuchs waren überwältigt von all den neuen Eindrücken und Abenteuern, die sie in dieser fremden Welt erlebten. Doch bald merkten sie, dass diese Welt in Gefahr war. Ein böser Zauberer bedrohte das Land und wollte alles in Dunkelheit und Verzweiflung stürzen. Tim und der Fuchs wussten, dass sie etwas tun mussten, um die Welt zu retten. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden begannen sie einen verzweifelten Kampf gegen den Zauberer. Sie durchquerten gefährliche Wälder, bestanden magische Prüfungen und kämpften gegen furchteinflößende Kreaturen. Schließlich gelang es ihnen, den Zauber zu besiegen und das Land von seiner dunklen Macht zu befreien. Die Bewohner der Welt jubelten vor Freude und dankten Tim und dem Fuchs für ihre Tapferkeit und Entschlossenheit. Mit einem Gefühl der Erfüllung kehrten Tim und der Fuchs zurück in ihre eigene Welt. Doch sie wussten, dass sie immer Freunde sein würden und dass ihre Abenteuer noch lange nicht vorbei waren. Denn wo auch immer das Abenteuer sie hinführte, sie würden es gemeinsam bestehen. Bis zum nächsten Mal.